hey wie kommst du denn dahin du warst doch gestern noch nicht da lass dich mal anschauen riecht gut gibt es noch mehr davon du bist der erste sozusagen ein vorbote der herbst kommt und die pilzzeit und wo gibt es am meisten pilze ja hier und ich bin gut vorbereitet wenn man in die pilze will da braucht man erst mal in korn damit sie nicht verdrückt werden besser zum abschneiden und ein pilzbuch ein pilzbestimmungsbuch sind sie alle drin tja pilze wo seid ihr kein pilzweilungsbreit aber all das zeug da einige leute scheinen wald mit einem mühlkippe zu verwechseln na herr lustig wird zeit dass hier jemand mal ordnung schafft der nachbar was machen sie denn hier das gleiche wie sie ja lustig was mühl sammeln aber nein pilze pilze wissen sie denn womöglich wo hier welche wachsen die haben sie alle selbst gefunden hier weil die habe ich alle selbst gesammelt und die kennen sie auch alle so mit namen unsinn zu hause sehe ich mir die in ruhe an und wer giftig ist fliegt raus sehr giftig ist fliegt raus ja wie kommt es denn dann dass ich nur einen einzigen pilz gefunden habe und dennoch direkt vor der haustür tja lustig weil ich vor ihnen da war ich will ihnen mal was sagen herr lustig wenn sie pilze finden wollen dann müssen sie ganz tief hier ins dickicht rein da hinten im unterholz da könnten sie welche finden naja wenn sie meinen danke tschüss ach herr lustig ich darf sie doch heute abend zum pilze essen einladen sie kommen also schön ja für pilze ist in ihrem korb sowieso kein platz mehr angeber streif ich durch den wald seh ich ne gestalt ein kleiner knill so bleich wie milch guckt aus dem wurzelstall kriech ich durch das dickicht himmel wer schritt mich ein gelber schrat mit ziegenbart und giftig im gesicht seltsame wichte bei nacht und nicht sie schießen und sprießen auf schattigen wiesen steh mal hier steh mal dort und bleiben doch immer am selben ort und bleiben doch immer am selben ort komm ich an die stelle bei der mohne quelle im gras hochmeister knollen naßen hand am kopf ne welle lege ich mich aufs moos meckert es gleich los auf einem bein und winzig klein ein echter gerne groß seltsame wichte bei nacht und dem licht sie schießen und sprießen auf schattigen wiesen steh mal hier steh mal dort und bleiben doch immer am selben ort und bleiben doch immer am selben ort schaue ich unter dem tappenbaum traue ich meinen augen kaum ein schwarzer knopf ein tintenschopf aus dem dunklen zwischenraum hüpfe ich über den wiesenhang höre ich einen feinigen klang erst nur ein wispern ein heimliches flüstern und dann ganz leise fängt es an wie seltsame wiesen bei nacht und dem lichter schießen und sprießen auf schattigen wiesen steh mal hier steh mal dort und bleiben doch immer am selben ort und bleiben doch immer am selben ort und bleiben doch immer am selben ort der wiese punkte drauf fliegenpilz ich heiße fliegenpilz wie denn sonst sie waren das ich dachte schon der pilz könnte sprechen sie sind ja ein fachmann fachmann ja für pilze ist das ein guter pilz natürlich ist der pilz gut nur essen können sie ihn nicht wenn sie das meinen weil er giftig ist wie denn wenn dieser pilz giftig ist dann kann er doch nicht gut sein für den wald ist er gut der wald braucht die pilze und die pilze brauchen den wald dieser fliegenpilz hier steht ja nicht zufällig unter der birke die beiden leben eng zusammen eng zusammen die stehen doch ziemlich weit auseinander das sieht nur so aus weil sie natürlich nicht wissen können dass der pilz der da aus dem boden guckt nicht die pilz pflanze ist nicht die pflanze sondern die pilz frucht ah moment bitteschön oh danke was ich sagen will er ist die frucht und wächst an einem baum an einem apfelbaum richtig und genau so verhält es sich mit unserem fliegenpilz der fliegenpilz ist eine frucht die an einem pilz baum wächst nein nicht an einem baum die pilz pflanze lebt unter der erde genau hier unter dem boden auf dem wir stehen da lebt die pilz pflanze sie bildet ein riesiges wurzelgeflecht dünn wie fäden das nennt man das mycel ich könnte ihnen das mal aufzeichnen wenn sie ein stück papier hätten also das hier ist die birke und das die grüne wiese und hier sind zwei kleine fliegenpilze und so sieht es im waldboden aus das sind die wurzeln der birke sie bilden ein dichtes geflecht und da sind die wurzeln des fliegenpilzes sie werden mycel genannt sie sehen aus wie ein spinnennetz und legen sich um die wurzelenden der birke und jetzt will ich ihnen erklären warum der fliegenpilz das macht wenn nämlich die sonne scheint entstehen oben in den blättern die nährstoffe diese wandern durch die äste in den stamm und vom stamm ins wurzelgeflecht wo sie dann teilweise vom pilzmycel aufgenommen werden die pilze werden also von der birke mit ernährt und werden groß und dick aber pilze sind auch nützlich bei schönem wetter sind sie ein landeplatz für fliegen und bei regen tja fliegen mögen keinen regen dafür aber der pilz denn wenn das wasser in den boden eindringt wird ein teil davon von dem mycel aufgesogen und was der pilz nicht selber braucht gibt er weiter an die birkenwurzel über den stamm gelangt das wasser in die äste und von dort in die blätter des baumes so leben pilz und baum in freundschaft miteinander und einer hilft dem anderen tja ah sehen sie mal ein ungestürzter baum da müsste man doch an den wurzeln dieses dings da sehen können da können sie leider nichts mehr sehen der baum ist schon lange tot und mit ihm ist der pilz abgestorben achso ah ja natürlich ohne baum kein pilz und ohne pilze keine bäume aber warum sehe ich dann so viele bäume und so wenig pilze das ist eine traurige geschichte viele pilze sind tatsächlich kurz davor auszusterben und das ist ein schlimmes zeichen dafür dass der wald krank ist und auch bald stirbt sehen sie zum beispiel die fichten da drüben fichten ist gut ich sehe nur tote äste viele tannen und fichten sehen obenrum so aus und so fängt es an die nadeln werden braun und fallen aus der baum wird krank und stirbt aber nicht aus altersschwäche sondern weil wir menschen die natur nicht richtig behandelt haben da oben geht es auch schon los also wenn der wald die pilze so dringend braucht dann sollten wir sie ihm gar nicht weg essen man sollte eigentlich überhaupt nicht mehr sammeln nun ja man darf eben nicht einfach alles ratzekal ausreißen was irgendwie nach einem pilz aussieht nur um zu hause die hälfte davon wieder wegzuwerfen wissen sie manche sammler haben nicht einmal ein messer mit die reißen die wurzel mit strunk und stiel heraus hätte ich nicht gemacht ich hätte sie ganz sauber abgeschnitten die wurzel das wie hieß das mützel? das mützel das mützel damit es nicht kaputt geht ja aber sie sehen ja viel glück habe ich nicht gehabt naja nur mut sie müssen eben einfach tüchtig weitersuchen übrigens wenn sie das zeug da loswerden wollen gehen sie gerade die schneise runter bis zum weg da ist ein abfallbehälter da gut schönen dank wiedersehen wiedersehen und viel erfolg danke na Peter ach du bist es steigst du inzwischen deinen Müll in den Wald ich war in den Pilzen ja du hattest ja mehr Glück ja man muss eben wissen wo sie stehen ja wenn du willst zeige ich dir morgen ein paar Stellen ja gut aber jetzt muss ich weiter ach die habe ich zwischen den Pilzen gefunden tschüss 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 das ist ja ein Ding da hat einer Pilze in den Wald getragen in der Dose wisst ihr überhaupt wie die Pilze in die Dose kommen? ich könnte es euch zeigen wollt ihr es mal sehen? ne? ich zeige es euch trotzdem es fängt an mit einem Misthaufen ja ehrlich Pferdemist den mag der Champignon am liebsten aber nicht so der Mist wird erstmal rumgegraben und mit Wasser besprüht und gelüftet und dann stinkt er nicht mehr sieht fast aus wie Erde, nicht? hier sollen mal Pilze drauf wachsen aber bevor etwas wächst muss man ja säen ja da wird tatsächlich gesät Champignons nämlich naja eigentlich sind es Getreidekörner an denen dieses Mycel klebt ihr wisst ja die Pilzpflanze und die macht sich jetzt in den Kisten in aller Ruhe breit gucken wir doch mal zu in Wirklichkeit dauert das hier mehrere Tage wir zeigen es nur schneller ja begossen wird auch Pilze lieben Regen und Ruhe und dann eines Tages ist es soweit die Früchte kommen aus dem Boden die Champignons schon sehr hübsch aber es wird noch voller was für eingedränge Zeit für die Ernte hier wird auch gleich sortiert hier wird auch gleich sortiert viele Pilze kommen gleich frisch auf den Markt die anderen landen hier denn die kommen in die Dose frisch gewaschen natürlich das passiert hier jetzt werden sie noch zerschnipselt nochmal gewaschen und dann ab in die Dose dann na nun klaut sich da einer was ne war wohl zu viel drin Tja, der Rest ist klar. So kommen sie in den Laden und in die Pfanne. Meine Pilze sind jedenfalls alle selbst gesammelt. Nicht aus der Dose. Das ist ja so wenig. Ich meine, Sie hatten doch so einen großen Korb. Ja, Sie wissen ja, Pilze ziehen Wasser. Und außerdem musste ich eine ganze Menge wegwerfen. Die hatten nämlich im Pilzsammelbuch ein rotes Kreuz. Heißt das nicht, die sind giftig? Ein Giftpilz? Mhm. Sind Sie sicher, dass die hier... Absolut sicher. Die können Sie beruhigt essen. Die sind in Ordnung. Habe ich alle nachgeschlagen. Ich kannte da mal einen Lehrer, der hieß Lotterbeck. Der war einen Tag in den Pilzen und anschließend fünf Tage nicht in der Schule. Ganz grün ist der gewesen. Grün und weißlich. Die Kinder haben sich vielleicht gefreut. Wissen Sie, es kommt eben auch auf die richtige Zubereitung an. Es gibt Pilze, die sind sehr giftig, wenn man sie roh isst. Fast alle Pilze. Aber wenn man die lange genug dünstet, dann sind die überhaupt nicht mehr giftig. Wissen Sie, was die Mexikaner machen? Die essen fast alle Pilze roh. Rohe Giftpilze. So in Scheiben, Stück für Stück. So lange, bis sie Gespenster sind. Mystische Gestalten. Feuertäufe. Hexen und Kröten. Apokalypse eben. Herr Lustig. Herr Lustig. Sie sehen ja so merkwürdig aus. Ist Ihnen nicht gut? Ah, mir? Doch, doch. Das heißt, nein. Eigentlich, das ist so sonderbar. Sie sahen eben aus wie... Können Pilze sprechen? Ach, wie kommen Sie denn darauf? Ich kann. Ich kann's der Besten. Ich kann's besser. Ich kann es sehr gut. Ich kann es sehr gut. Ich kann es sehr gut. Ich kann es sowieso am besten. Ich kann es sowieso am besten. Ich kann es sowieso am besten. So kann ich es besser. Ich kann es ganz toll. Ich kann es ganz wunderbar. Ich kann es sehr gut. So geht es nun schon den ganzen Herbst. Jeder will der Beste, der Größte oder der Schönste sein. Stöhnt der Butterpilz. Das kann... Oder der Fetteste. Höhnt die Stinkmorchel. Das kann... Fährt unbeirrt der Butterpilz fort. Ganz schön auf die Nerven gehen. Ich, ähm, ich, ähm... Sagt der Kaiserling. Bin wohl, wie mein Name schon sagt, der Nobelste unter den Pilzen. Kaiser und Könige waren meine Vorfahren. Wer kennt nicht Pilze Eisenherz? Der hält so viele Abenteuer. Oder Kaiser Willi Helm. Ja, die Welt und sogar der König der Tiere lag ihm zu Füßen. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Rrrrrrrrrrrrrr. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Kaiser und Könige sind abgeschafft, sagt die Stinkmorchel. Was wäre denn noch schöner, zu diesem Futsi Majestät zu sagen. Stinkmorchel, sagt der Kaiserling. Du stinkst. Genau. Bestätigt der Schönfußröhrling. Und ganz besonders bei Westwind und das mir. Ich, der sich in den feinsten Kreisen bewegte. Und wie ich mich bewegte. Ich tanzte von Erfolg zu Erfolg. Ich, der Star des Pilzballettes. Der dritte von links, der Pilz mit dem schönsten Fuß. Breit und weit, schön Fuß, schön Fuß, jubelte man mir zu. Ja, ich hatte Feuer im Hut. Ich höre immer Schönfuß, bemerkt der Butterpilz. Bist du nicht landauf, landab als reihiger Klumpfuß bekannt? Haucht da der Schönfuß und dann bleibt ihm die Luft weg. Quäken die Herbsttrompeten. Da wo wir waren, da spielte die Musik. Im größten pilzharmonischen Orchester der Welt. Wir mittendrin. Nicht die ersten, nicht die zweiten, nein die dritten Trompeten. Kolossal, wenn wir bliesen, da blieb kein Auge trocken. Da flogen die Herzen uns zu. Applaus, Applaus. Angeber. Zischt die Stinkmorchel. Wir. Ah, ah, haben das Blasen wahrhaftig nicht verlernt. Und ich, und ich. Haucht das Rothäubchen. Und ich, ich bin. Jetzt fang du auch noch an. Braust die Stinkmorchel auf. Angeber, alles Angeber. Hallo Rothäubchen, sagt Rothäubchen. Hallo Rothäubchen, sagt Rothäubchen. Ich wollte nur sagen, dass ich um drei Ecken mit Rothäubchen verwandt bin. Oh, staunen da die anderen Pilze. Rothäubchen, Rothäubchen, ich, sagt der Fliegenpilz. Ich habe wohl den rotesten und damit auch den schönsten Hut. Mit kleinen weißen Haufen drauf. Rothäubchen, bemerkt der Kaiserling. Mückenschiss. Stellt die Stinkmorchel fest. Das kommt daher, dass sie mir immer dicke Fliegen auf den Hut machen. Nein. Stöhnt der Fliegenpilz. Ich heiße Fliegenpilz, weil ich aus einer Familie von Fliegern komme. Mein Uropi hat den Heißluftballon erfunden. Mein Opi den Zeppelin. Ja, und mein Papi. Den nannte man den roten Baron. Und der hat den Fallschirm erfunden. Ja, und mein Onkel. Der war der erste Pilz auf dem Mond. Das ist doch glatt gelogen. Prostet der Butterpilz. Tanzende Pilze. Das war schon dickes Ei. Stöhnt die Stinkmorchel. Aber das ist der Gipfel. Fliegende Pilze. Ich werde es euch beweisen. Ruft etwas verzweifelt der Fliegenpilz. Mach nicht so viel Wind. Meckern die anderen Pilze. Oh. Und ah, staunt man dann im Chor. Tu es nicht. Du wirst dir den Fuß brechen. Er fliegt. Er fliegt. Und sogar ein Looping. Ruft man begeistert. Aber dann. Nein. Na, na, Hilfe. Zurück. Nein, na, Hilfe. Hilfe. Ah, nein. Raus aus den Federn. Die Pilze warten auf uns. Pilze. Pilze. Was ist denn los? Los. Keine Pilze. Oh. Oh. Ist mir schlecht. Und dann auch dieser Traum. Von diesem Fliegenpilz. Sag mal. Ist dir nicht gut? Nie wieder im Leben will ich Pilze sehen. Hast du vielleicht was Falsches gegessen? Was Falsches gegessen? Ja, Pilze habe ich gegessen beim Nachbarn drüben. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Verstehen beide nichts von Pilzen und schlagen sich den Bauch damit voll. Ihr könnt froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Komm jetzt. Die frische Waldluft wird dir gut tun. Ja, meinst du? Hey. Sind das nicht hier Champignons? Ja. Wiesenschampignons. Also der gleiche wie aus der Dose. Und hier wächst er einfach so umsonst. Nur schmutziger ist er. Und dafür schmeckt er umso besser. Ja, na dann wollen wir mal ernten. Hm. Ah, das ist ja schön. Und ich habe auch schon was gelernt. Weißer Hut, weißer Stiel. Ein Champignon. Halt! Peter. Weißt du denn nicht, was du da vor dir hast? Na, Champignon, oder? Das ist der weiße Knollenblätterpilz. Das ist der giftigste von allen Pilzen. Ein kleines Stückchen in der Suppe und du bist tot. Ah, ja, ja. Das ist ja das Gefährliche an diesem Pilz. Der wird oft verwechselt mit dem Champignon. Aber hier. Daran kannst du ihn unverwechselbar erkennen. An dieser Knolle. Die hat nämlich der Champignon nicht. Ah, der hat Knollenblätterpilz. Ja. Und schau. Der Champignon zum Beispiel, der hat braune Lamellen. Und dieser hier, der Knollenblätterpilz, hat weiße. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Du hast Glück gehabt, so eine Kräuterhexe wie mich dabei zu haben. Hm? Ein brauner Hut, ein dicker, darber Stiel. Du musst ein Steinpilz sein. Und sehr schmackhaft. Peter, wo bleibst du? Eigentlich zu schade. Weißt du was? Ich lass dich lieber stehen. Mit wem redest du da? Pass mal auf. Ich decke dich zu. Damit dich kein Pilzsammler findet. Und damit du dich in Ruhe vermehren kannst. Ist was? Mit wem du da redest? Na, mit diesem Knollenblätterpilz natürlich. Ich habe ihm eine Standfauke gehalten. Ich habe ihn gefragt, was er da eigentlich zu suchen hat. Und dass er den ganzen Wald verpestet. Und dass er sich im nächsten Jahr nicht wieder da blicken lassen soll. Jawohl. Ach, Moment mal. Also ich finde, wir waren lange genug im Wald heute. Zeit zum Abschalten. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020